Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur-Kalenderblatt. Mit einem Begriff, der Konjunktur hatte vor einem Vierteljahrhundert Kreuzfeld Jakob. Das bezeichnet eigentlich eine Gehirnerkrankung, die zuvor nur medizinengeläufig war. Und selbst von denen, die wenigsten im Laufe ihres Berufslebens mal einen an Kreuzfeld Jakob erkrankten Menschen gesehen hatten. Doch vor 25 Jahren eben, da kannte plötzlich jeder den Begriff und der Grund war, die britische Regierung räumte nach jahrelangem Leugnen ein, dass BSE, der Rinderwahn, auf Menschen übertragbar ist und eine neue Form der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit auslösen kann. Ein Kalenderblatt von Hartmut Schade, gesprochen von Conny Wolter, guckt auf die Ereignisse und Debatten damals. Solange es nur die Rinderwahn, die Rinderwahn hatten, war alles okay. Konnte man das Problem kleinreden, vertuschen und verschweigen. Doch dann sterben auffällig oft junge Leute an Kreuzfeld Jakob. Ihr Gehirn gleich denen, der mäht Chaos, ist löchrig wie ein Schwamm. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass diese Fälle mit BSE-Ansteckung in Zusammenhang stehen, schreibt die britische BSE-Regierungskommission. Seit Mitte der 80er Jahre taumeln britische Rinder über Weiden, werden plötzlich aggressiv und verenden mit großen Löchern im Gehirn. Das Phänomen der löchrigen Hirne kennt man bis dahin nur von Schafen, wo die Krankheit Scrapey genannt wird. Falls es sich tatsächlich um eine Form von Rinder-Scrapey handelt, hätte das verheerende Folgen, auch für den Menschen. Sollte sich herausstellen, dass auch Leute, die engen Kontakt mit Rindern hatten, an schwammartiger Hirnhautentzündung erkrankten. Warnt der englische Tiermediziner Ray Bradley schon 1986. Auf dem Rinderwahn ist das Hornvieh nicht von allein gekommen. Der Mensch machte die Wiederkäuer zu Kannibalen, fütterte sie mit Tiermehl aus Scrapey-kranken Schafen. Scrapey wie BSE werden durch Prione falsch gefaltete Eiweiße übertragen. Solche deformierten Eiweiße lösen auch die Nervenkrankheit Kreuzfeld-Jakob bei Menschen aus. Aber auch Katzen, Antilopen, Pumas und Nerze sterben nach der Fütterung mit Tiermehl. Damit ist klar, den Prionen gelingt es, die Artenschranke zu überspringen. Trotzdem wird britisches Rindfleisch weiterhin in die ganze EU exportiert. Wer nach 1985 britische Wurst oder Pasteten gegessen hat, ist unfreiwillig zum Versuchskaninchen in einem der größten Menschen-Experimente der Medizingeschichte geworden. Schreibt der Spiegel im März 1996, nachdem klar ist, die Prionen infizieren auch den Menschen. In der britischen Regierung herrscht Alarmstimmung. Das Szenario kann heißen, keine weiteren Fälle, einige wenige mehr pro Jahr oder viele, viele mehr. Die heutigen wären dann nur die Vorboten einer gewaltigen Epidemie. Erklärt John Pattison, Vorsitzender der englischen BSE-Kommission. Zahlen von 10 Millionen Kreuzfeld-Jakob-Toten bis 2010 machen die Runde. Premier John Major tritt vor die Presse und verkündet, ab sofort werde energisch gehandelt. Es gibt eine unabhängige Kommission, bestehend aus den fähigsten Wissenschaftlern. Die Regierung wird deren Ratschlägen ohne Wenn und Aber folgen. Wir akzeptieren die Ratschläge und veröffentlichen sie. Die Tiermehlfütterung an Wiederkäuer wird verboten. Zehntausende Rinder auf Verdacht getötet. Die Epidemie bleibt aus. Trotzdem sind knapp 500 Menschen in Großbritannien an der neuen Form der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit gestorben.